Jede Woche die besten Angebote im Sale. Checkt gerne mal den Link in der Videobeschreibung ab. Spart zusätzlich noch 3% mit dem Rabattcode FIFA Brot. FIFA 21 neigt sich langsam dem Ende. Ihr seht es ja selbst, es sind noch 15 Tage bis zum offiziellen Release der Ultimate Edition und nur noch 10 Tage bis zu EA Play. Und was in dem FIFA 21 ja so passiert ist, das jetzt hier in diesem Video. Außerdem möchte ich die Gelegenheit noch nutzen, um mich bei euch zu bedanken. Euer Support die letzten Jahre einfach anders krass. Sowas ist nicht selbstverständlich und deshalb Kuss geht raus an jeden von euch. Ich wünsche euch für FIFA 22 das heftigste Packlack, wo es nur gibt. Deshalb hätte ich gedacht, morgens streamen 3-4 Stunden Weekendly Kasseln, dann abends den Rest und am Montag fettes Pack Opening. Ich habe einen Walkout. Ich habe einen Totz. Ich habe einen Robertson. Ich habe einen Robertson. Ich habe... Ach, das ist gar kein Totz. Ach, warum? Okay. Ist gar kein Totz. Ich rieche den lila Schweif, Leute. Ich rieche den lila Schweif, Mann. Oh. Let's go! Let's go! Van Dijk! Van Dijk! Van Dijk mit dem Packlack-Hut! Van Dijk mit dem Packlack-Hut! Let's go, Mann! Let's go, Mann! Let's go! Juhu! Ich sage nicht, dass es... Ich meine, gut, Torwart ist halt immer so Torwart. Aber scheiß drauf. Neuer. Sobo-Sly. Slow-Bus... Es hört sich an wie ein Pokémon. Real Talk. Kannst reingehen. Ich drücke dir die Daumen, dass was Gutes bei rumkommt. Ich weiß nicht, so ein CR-7 wäre lecker. Wow! 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 Er holt den Neymar. Let's go! Neymar, Aspas und Kimmich. GG auf jeden Fall. Da ist er! Da ist er! Wer hat's gesagt? Wer hat's gesagt? Wer hat's gesagt, Flo zieht den roten Varan? Da ist er! GG! Einfach GG! Einfach mal so. Hier, ich bin's, Varan. Ja, moin. Servus. Wow! Wow! Ja, Mann! Top-Sobar! Der Typ ist ultimativ! Der kostet halt eine Mille, Mann! Wow! Aber, ich geh trotzdem mit Matip, Leute. Wir gehen laut Footbin-Preise, was bei Footbin steht. Okay, Brasilien. No way! No way! Let's go, Mann! Let's go! Was? Er zieht einfach einen Ronaldo. Will der mich komplett verarschen, oder was? G-fucking-G, Mann! Als ob einfach! Als ob, Mann! Und ich kann nicht rumschreien, weil wir einfach schon 23 Uhr irgendwas haben. Meine Nachbarn denken eh, ich hab den kompletten Dachschaden manchmal, wie ich hier rumschreie. Aber... Was? Let's go! Komm, erster Ronaldo. Erster Ronaldo. Oh mein Gott! Let's go! Da ist er doch! Let's go, Mann! Da ist er! Da ist er! Da ist er! Nice! Oh, Optimus Hulland am Start. Gibst du ihn ab? Nein, mach nicht diesen. Mach nicht diesen. Untauschbar. Digga. Leute würden für die Karte töten. Leute würden für die Karte töten. Gebt ihn nicht in dieser SPC ab. Mach das nicht. Willzog, mach das... Er tut's? Er tut's nicht. Er tut's. Nein, mach's nicht, Digga. Einfach Optimus... Okay. Okay. Er hat einfach ein Optimus Hulland abgegeben, Leute. Und zieht ihn im Pick... ...Buskatz. Oh! Oh, 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 was? Alter, ich habe gerade Chat gelesen. Halt's Maul. Halt's Maul, was? 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 Einfach so? Labe nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er macht's einfach. Er macht's einfach. Digga, das ist ein AR-Call. Digga, das ist ein AR-Call. Er macht's einfach. Er hat schon Totti im BAPE untrade. Und jetzt zieht er den Trotz. Digga, ist er auch untrade? Oh mein fucking Gott, man. Er ist untrade, Bruder. Bruder, was für ein Flex ist das? Was für ein Flex ist das? Da ist der Totti. Bruder, der ist halt auch einfach untauschbar. Komm, im letzten Pick. Im letzten Pick. Komm, ich gebe dir den Trommelwirbel. Im letzten Pick kommt jetzt der Neymar. Was? Was? Halt's Maul, man. Fettes GG. Das lag am Trommelwirbel. Ich schwöre, das lag am Trommelwirbel. Digga, halt's Maul. Stoß ihn ab, man. Scheiß auf den Knecht. Stoß ihn ab. Ja, fettes GG, ne? Ja, fettes GG. Untertitelung des ZDF, 2020